Liebe Freunde von Nightfever, wir befinden uns hier im Herzen dessen, was während Nightfever auch immer wieder geschieht, nämlich die Verköstigung der hungrigen Meute. Damals natürlich in Bonn, das erste Mal noch hier nach 10 Jahren Nightfever in München. Und wir wollen uns einfach mal auf den Weg machen und fragen, wie schmeckt es denn hier? So, dann darf ich mal kurz fragen, wie schmeckt denn das Essen hier in München? Gut. Gut, sehr gut. Wie ist das bayerische Essen denn hier für norddeutsche Zungen? Ja, da gibt es ein Problem, ich komme aus Norddeutsch. Ja, wo kommt es denn her? Aus Südbaden. Und das Essen ist? Sehr wurschtlastig. Wollen wir noch eine Dame befragen? Wie ist denn das Essen hier in München? Also unbeschreitlich, so lecker. Ich komme extra nochmal wegen dem Essen. Ja, wunderbar. Und damit gehen wir zurück in die Zentrale. Das Essen in München ist sehr gut. Dankeschön.